Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also, was ist mit der Tür? Also, das war eine ganz alte, dicke Tür, aber mit sieben modernen Schlössern Die Tür mit den sieben Schlössern gibt der Polizei immer neue Rätsel auf Und trotzdem habe ich das Gefühl, der Lösung noch nie so nah gewesen zu sein Nun, zufrieden, Inspektor? Wenn man etwas erreichen will, darf man in der Wahl seiner Mittel nicht kleinlich sein Heute ist der Tag gekommen, wo ich mein Werk einem Menschen vollenden werde Hilfe! Was habt ihr mit dem Mädchen vor, Tante Emily? Was? Wer? Ich bin unschuldig! Ich bin unschuldig! Hatten Sie Ungelegenheiten, Sir? Ein Edgar Wallace-Film der Spitzenklasse Komm her! Achtungshör! Ein Film voller Hochspannung Eine Rialto-Produktion im Konstantin-Filmverleih Ein tödliches Geheimnis verbirgt Die Tür mit den sieben Schlössern Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein Es ist unmöglich, von Edgar Wallace nicht gefesselt zu sein